Dieser zweifellos, sonderlich heroische Ausweg aus einem immer noch nicht weitlich genug gewürdigten Dilemma ist zwar vollends reizlos geworden, seit er so absehbar ist, wie albern ist eine Personenwaage, aber eben deshalb sehr geeignet, gewisse Prozeduren vorzunehmen. Die lockeren Letten sind in der letzten Lockerung, danke für's so, das war's, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis bald, danke, tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, das geht weiter. Tschüss zusammen. Cool, oder? Die letzte Lockerung mit den Lockerathletten. Tschüss. 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 Tschüss.